Moin zusammen und willkommen zurück zu Witches Legacy. Wir sind im siebten Teil und wir sind in dem auch schon ein ganzes Stück vorangeschritten. Ja, wir sehen uns jetzt mal hier oben. So, also was haben wir denn da? Hm, was steckt da in der Mund? Möchte ich das so genauer wissen? Herr Truner, du kommst da rein, nicht? Oh, ist das da? Oh, er sieht viciös. In der Tat, vielleicht braucht er mal Gaugummi. Braucht er nicht. Leuchtwürze? Auch nicht. Nein. Da hat er keinen Bock drauf. Okay, gut. Da kümmern wir uns gleich drum. Erstmal gucken, was gibt es denn hier? Da kommt die Blume rein. Ja, cool. Super. Damit haben wir einen Beutel. Ach, das ist der Beutel aus der Bibliothek. Ja, natürlich. So, was ist das hier? Da kommt noch eine Rose hin. Wollte die Rose kaufen. Hm, haben wir aber noch nicht am Start. Okay, so. Hi, Os. Wie können wir die Gruslinghunde vertreiben? Mit Kaugummis? Nein. Hm. Mit Leuchtpilzen? Auch nicht. Okay, gehen wir mal zurück. So, also hier. Dir fehlte doch noch ein Ding. Okay. Eins, zwei... Drei, vier, fünf, sechs. Du bist aber schnell aus der Fassung zu bringen, du. Okay. Ähm. Was soll ich machen? Äh, äh? Ne, das stimmt so nicht. Ich sollte ihm seine Sachen zurückgeben. Okay. Hä? Ach so, ach so, ach so, ach so, ach so. Also der Hut obendrauf. Die Pfeife dorthin. Äh, Krawatte. Dahin. Hm. Gibt's noch ein Hemd? Oh ja, Hemd. So. Und die Brille. Ah, das war's schon. Okay. Ich brauch gar nicht alles zurückbringen. So, ein Katzenskelett. Was? Was? Ähm. Was? Hm? Was mach ich denn bloß mit einem Katzen? Ach so, die Hunde ablenken. Ja, klar. Ähm. Aber erstmal können wir mit der Erdrohne irgendwas anfangen. Zum Beispiel die Pflanzen wachsen lassen. Ne. Uschi wird das auch nicht helfen. Hm. Wir lenken die Katzen ab. Äh, die Hunde ab. So. Let's bring it to life. Hm. Guter Plan. Das hast du gut gemacht. So. Ähm. Okay. Da können wir immer noch nicht hin. Aber wir können den Kassad ausreden und verstecken. Ich lasse nicht, dass sie so lange gewartet hat, hier durchzugehen, damit wir Bescheid wissen. Ne? So. Wo wir denn dann wissen. Ah, hier. Ah, die Juwelenrose und. Äh, genau. Zitrone und Hagobut. Das haben wir schon mal gesehen. Da müssen wir den Baum nachzeichnen. Kann man das jetzt schon machen? Ne, können wir noch nicht machen. Okay. So. Aber erstmal hier oben wird gewibbelt. Ach du liebe Zeit. Ach du je. Wir müssen verschiedene Formen von Wissling finden. Okay. Okay. Ähm. Was können wir halt hier oben? Okay. Okay. Wir haben hier oben noch. Wie viele sind es noch? Ah, wir müssen... Eine ist es noch. Ähm. Okay. Okay. Was gehört hier nicht her? Something doesn't belong here. Nee. Ein teuflischer Frosch. Hm. Ah, hier. So. Das ist null. Okay. Ah. Eine Variante des Wimmels. Äh. Dartpfeil Bonbon, der fliegende Fisch und eine Katze. Ähm. Dartpfeil. Katze. Fliegende Fisch. Oh, achso. Müssen wir die einsammeln? Ja. Offensichtlich. Okay. Und ein Bonbon. Okay. So. Ähm. Und hier sind noch Sachen versteckt. Was? Sicherlich der Rahmen für einen Traumfänger. Hm. Für einen... Sehe ich jetzt gerade... Nee, nee, das ist er natürlich nicht. Okay, sehe ich gerade nicht. Ring und Herz. Herz. Und da ist... Genau. So, jetzt haben wir eine 3 und ein Sheriff-Stern. Und ein Hermes-Symbol. 3 und ein Schiff. Achso, die muss ich einfach nur zusammenbasteln. Okay. Reicht aber noch nicht, ne? Es fehlt noch eine Feder. Und in der Mitte war doch auch immer so ein Gedönse. Da ist noch eine Feder. Und mit dem... Achso. Oh, ja, cool. Okay. So, Hermes-Symbol und 3. Ähm. Schuss, ne? Nee. Was ist mit ihm hier? Der Zipfel der Nachtkappe fehlt. Ah, okay. Ja. Wo ist denn die Quaster? Da ist sie drauf. Und das heißt. Und wo ist die Quaster? Gib mir die Quaster. Nein. Okay. Eine Sicherheitsnale braucht es auch noch. Ich würde den Frosch gern mitnehmen. Okay. Du bist ganz toll. Ehrlich. Super. Weg damit. Hier ist die Quaste. Juhu. So, eine Warkschale. Sehr gerne. Dankeschön. Okay, eine Warkschale haben wir ergattert. Was kann ich damit machen? Es ist die richtige Größe für Bertram, daraus einen Helm zu machen. Aber was kann ich tun, damit es zu einer Lichtquelle wird? Jetzt. Okay. Leuchthelm. Wow. Ganz toll. You want to open that gate, right? Well, Cassandra hasn't fed me for weeks and I'm fading away. You find me some magic fire and I'll help you. Okay, aber sehr gerne. Oh. Der ist ja putzig. Die Wunderbeere nehmen wir mit. Die Zwille auch. Ähm. Ein bisschen Feuer möchtest du haben? Okay. Hab ich jetzt nicht hier? Ja, was ist das da? Das ist gar nichts. Hier braucht es ein Amulett. Natürlich. Warum auch nicht? Ansonsten ist da nichts. So. Ähm. Reicht dir das denn, wenn du das Leuchthema aufsetzt? Ne, das reicht dir nicht. Aber der Ast. Der wird so... Ah. Naja. Ich kann nicht. Es ist zu schmerz und ich werde meine Hände aufbauen. Hm. Warte. Okay. 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 Super. Ach, was? Wie cool. Danke sehr. Ah, gute Butter. Und das Flüssigfeuer. Was denn die? Das andere Zeug möchte ich auch mitnehmen. Ach, Mann. So. Erstmal setzen wir hier die Rose ein. Juhu. Kassandras Amulett. Na, siehst du. So. Kassandras Amulett. Aha. Es ist bloß eine Illusion. Es ist nicht real. Natürlich. So. Hallo. Mein Gesicht. Ich rieche aus Zeit. Ich muss zuhören, bevor ich es noch kann. Wahnsinn. Ich glaube nicht, dass nicht all die Magie schlecht ist. Die Hagebutte kamen rechts, glaube ich, hin, ne? Und links? Was ist das schon alles? Und links kommt noch eine Zitrone hin. Wo komme ich denn alleine? Zitrone? Ach, halt. Warte, warte. Ich weiß, wo ich an eine Zitrone rankomme. Hier. Da. Guck. So. Der Hammer. So. Jetzt schmeißt das Ding nicht gleich wieder weg. Hätten wir doch noch gebrauchen können. Zitrone. So. Haben wir denn hier sonst noch was, was wir bedienen können? Oder müssen? Scheint nicht so. Wie ist es hier auf dem Vortplatz? Nee, auch nicht. Da waren wir ebenfalls fertig. Also. Hier sind wir auch durch. Okay. Ja. Dann können wir es so. Ne? Machen wir es mal. Okay. Jetzt die Kreide dran. So. Ha! You can't open a portal. Not with my dark energy blocking your way. Dass sie nichts besseres zu tun hat, ne? So. Ach so. Der kleine Feuerball hat versprochen. Zack. So. Was jetzt? Okay. Was muss ich machen? Hilft dem Feuerball, die Kugeln der schwarzen Magie zu fressen. Pass auf, dass er sich nicht selbst berührt. Sonst musst du von vorne begeben. Oh. 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 Klassi. Ich danke dir. Das war super. So. Okay. Rinder. Das stimmt. Wenn wir sie nicht stoppen, könnten die dunklen Wälder unsere Welt invaden. Ein Stahlzahn. Und da fehlt noch so eine Art Blüte oder so. Okay, was haben wir hier? Ein Frosch. Oh, er sieht giftig aus, sehr. Ein scharfer Gegenstand ist hier gefragt. Mit dem Zahn? Mit dem Zahn. Okay, dann nehmen wir die Frucht. Wunderbeere oder Drachenfrucht. Ein Topf. Da gehört eben, dass ein echtes Haupttyp könnte den Frosch verscheuchen. Aber keine Eidechse. Ach was. Doch keine Eidechse. So, was haben wir hier? Den Mundgott nehmen wir mit. So, wir brauchen nur die beiden Früchte da rein. Drücken. Umheben, umheben. Und das dann auffüllen. Dann bekommen wir schon wieder was raus. So. Annabelle, schau. Der Zahn funktioniert. Lass uns ein Zahn in ein Boot machen. Hm. Nicht schlecht, hm? Nicht schlecht. So, was haben wir hier? Ein Zettelchen. Okay. Was? Äh. Was? Was möchtest du? Was? Was? Die Luftglocke nehmen wir mit. Eine der Perlen fehlt. Da haben wir aber nochmal Glück gehabt, ne? Okay. Und die Perlen sind nicht hier. Okay. Gehen wir nochmal zurück. Gut. Ein Boot. Also. Warte, warte, warte. Ein Boot. Jetzt geht das los. Hätte jetzt doch auch hinwanderen können. Hold it right there I'm Cassandra's number one apprentice She'll return any minute now So Cassandra makes all her apprentices wear slave collars This is not a slave collar, you fool Could have fooled me Well, we can't go any further until we get that collar off her Das heißt, wir sollten ihr helfen, vermutlich, ne? Notenblatt, ein leeres Notenblatt Ja, genau, wir brauchen eine passende Melodie Wer bist du hier? Oh, hallo Guten Tag Was ist dein Hutmacher ohne Hut? Und mit einer Luftblucke funktioniert das ganz sicher nicht Was ist das hier? Ach, Mondgott Oh, und hier wird gewimmelt Ja, okay, alles klar Ach, okay So, ähm, ja Ein Käfer Ein ganz bestimmter Käfer Eine Geige Hier ist die Geige Oh je, oh je, oh je Ein Blatt Und Was auch immer das da ist Das da ist das da Das da ist so ein bisschen Ich würde gerne sagen, was ich als nächstes suche Aber Ja, den Käfer kann ich noch erzählen Hier das Das da ist der Blöster Ähm Und jetzt Fütter Das hier ist doch auch so Nee, ist es nicht Ach, hier die Zigarre Ach, hier So Die Luftblätter Ähm, Schmetterdinge Bunt Glasfragment Ja, nehme ich sehr gerne mit Kein Thema So, habe ich Bunt Glasfragment Wir sammeln und sammeln Keine Ahnung, wie das weitergeht Was haben wir denn hier? Okay Was könnte man hier einsetzen? Schwer zu sagen Jedenfalls nichts Was wir gerade am Start haben Wo sind die Sandkastelförmchen? Hm Nee, weiß ich gerade nicht Okay So, was haben wir hier? Hm Ich muss den richtigen Schlüssel finden Was ist das? Eine Zaubererde Okay Wie kann ich die Muschel hochstemmen? Keine Ahnung Mit dem Das hier Okay Und dann Die Krabbe ist nicht gerade freundlich Was könnte eine Krabbe wohl essen? Jetzt brauche ich ein Band Hm Dieses hier zum Beispiel Okay Was für Früchte mag eine Krabbe? Ich habe keine Ahnung Weiß ich nicht Das ist schon ein bisschen schräg Ich muss hier den richtigen Schlüssel finden Hm Okay Na gut Keine Ahnung Weiß ich nicht Ähm So Hier Ich nehme das Symbol der Zeit mit Natürlich Ach hier Jetzt werden wir die Eidex endlich los Hey Von 0 Von 6 Eine Dächse Eine Dächse Eine haben wir noch Eine haben wir noch Ach hier unten So Und was ist da dran? Haus der verlorenen Seelen Äh Okay Was ist denn das da? Da fehlt eine Bongo-Trommel Ein Teil der Trommel fehlt Natürlich Okay Und hier Ach hier Guck mal Da können wir jetzt das Glöckchen einsetzen Hänge die blauen Glocken rechts auf Und die gelben links Hänge die Glocken an einem leeren Haken Hier Ein gleich Eine was? Hänge die Glocken an einem Leeren Haken Einer gleich großen Glocke Oder einer größeren Glocke auf In jedem Haken Dürfen lediglich 5 Glocken hängen So Oder wie? Okay Aber es geht nur einzeln Okay Und schade Ich kann sie nicht Achso Halt Nee Warte So Hey Mach schon So Okay Okay Was stimmt hier nicht? Komm schon Alter Das ist Das ist Das Türme von Hanoi Mal ein bisschen anders Ne? Okay So Warte mal Äh Er kommt jetzt Da hin Ist das richtig? Ja Könnte passen So So Halt Hier dahin Die dahin Ja passt Kann ich das nicht gleich richtig rumhängen? Nee geht auf dem Ball nicht Okay Okay Nee warte ich muss dich auch erst parken So ne Okay 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 Zack Got it Yay Okay So Was haben wir jetzt? Das Ding Das war doch das Warte mal Die Note Hatten wir nicht an der Sandburg gesehen Warum kann ich das immer noch angucken? Weil da oben eigentlich noch ein Bambusrohr ist Okay So Was haben wir denn hier? Wo ist das Notenblatt? Ah okay Hier ist Platz für eine weitere Pflanze Klar Und hier ist Platz für weitere Noten Das ist aber nicht diese hier Nee Natürlich nicht Ohne Frage Das ist eine Flöte Meinst du? Und hier ist ein Stück Und hier ist Du willst deine Schöne retten, oder? Ja Ich weiß wie Aber ich werde nie sagen Du kannst mich nicht Ohje Ohje Okay Natürlich Aber sehr gerne Symbol der Zeit Hilft das? Hilft nicht Was ist das? Eine Sonne? Mehr rückt da aber nicht raus Okay Da gehört der Sonnengott hin Klar Wieso auch nicht Gut Also Gehen wir mal wieder zurück Hier erstmal Da kommt die Note Yay Eine Anleitung Die oberen drei Müssen leuchten Die oberen drei nicht Was jetzt? Juhu Eine Glasnote Ja Mensch Ich freue mich Zaubererde Was können wir damit machen? Wo sind die dann? Kastenförmchen Okay Also Dann setzen wir die Note doch schon mal Nee Nicht hier Da Dann setzen wir die Note doch schon mal Okay Warte mal Der Mondgott Kommt doch bestimmt Ja der kommt hier hin Okay Dann kann er da In Ordnung Ausweichen Alles klar So aber wo setzen wir denn jetzt die Sonne ein? Ohne Frage Das ist eine Flöte Was will mir das sagen? Zeit Okay Nee Keine Ahnung Ha Ja man Nix Ich wüsste nicht was da Hinkommen könnte Eine Frucht Und hier braucht es einen Schlüssel Was auch immer das bedeutet Hm Was tun sie jetzt hier Ja 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 Und du brauchst noch einen richtigen Hut Ne? Ha Okay Wenn man nicht nur weiter weiß Ach hier Guck mal Die Sonne könnte da hin Ja Juhu Somit haben wir jetzt den Sonnengott Prima Okay So der Sonnengott Kommt dorthin Aha Ich weiß Ich weiß Schieß mal los I'm all ears Was ist das? Man kann die Seele einer Hexe nicht vernichten Wenn sie im Körper einer anderen Person lebt Dann wird nicht die Hexe Sondern lediglich die besessene Person sterben Um die Seele von dem besessenen Körper zu trennen Braucht man Wasser aus den heiligen Quellen Ich habe dich gefunden Ich habe dich gefunden Ich habe dich gefunden Ich habe dich gefunden Und Niki wird sterben Hm Richtig Aber zum Glück haben wir ja einen Nagel bekommen Dann ist alles super So Damit bauen wir jetzt diese Flöte danach Ja genau So Und Ach ich bin froh Okay Was haben wir denn hier Also Trompetisch Rotflinte Stiefel Und Sparschwein Was steht da? Was scheint? Was scheint? Also Okay Trompetisch Rotflinte Stiefel Trompetisch Was ist hier? Was ist damit? Ein Messer Ballotschule Ballotschule Warte mal Hab ich doch eben Kann ich schon sehen Hier Ne Was ist damit? Schreibmaschine Baseballpokal Oh nicht Und Messerset Achso Messerset Ja Natürlich So Trompete Oder Trompete Hm Gut Also Wir müssen noch mehr Messer finden Was ist denn mit dem Ballerinaschuhe Haben meist Schleifen Ja Ja Nicht mehr Aber das ist nicht tiefer Schlimacher Schrotflinte Steuerrad Palette Zeiger Schrotflinte Steuerrad Palette Zeiger Was ist das? Schreckmaschine Schrotflinte Schrotflinte Hier ist noch ein Messer Eins fehlt noch Da ist noch ein Messer Okay Das habe ich auch Komm Was läuft Dann mal Oh Schrotflinte Steuerrad Palette Zeiger Schmetterle Steuerrad Palette Zeiger Was ist das? Das ist Ich habe Schlafen So Oh Okay Ne Wo kann ich denn noch hin? Wie kann ich denn da Wie kann ich denn da Wie kann ich denn dann zertrimmern? Gar nicht Muss ich denn irgendwo Okay Den muss ich dranhauen Damit das funktioniert So Als Hier Da muss ich dranhauen Aha Okay Da ist meine Fäge So Ich muss noch eine Minute An die würden wir doch Andere machen müssen Nicht jetzt Schmetterle Zeiger Palette Palette Zier 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 Und dann steuerrad Das ist kein So No Okay 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 Das ist ein bisschen Schmetterling So, wir sehen, dass wir nachher Okay, so, Seelenknospe, alles klar, haben wir die auch noch am Start. Die können wir jetzt da reinpappen und Zeit für die Zaubererde ist gekommen. Okay, eine Seelenblume, fabelhaft. Was machen wir mit der? Jo. Nicht für den Hut, nicht dafür, für dafür, nee. Was machen wir damit? Tja. Was machen wir damit? Was machen wir denn jetzt? Zurück geht's auch nicht mehr, es muss also irgendwo hier sein. Kannst du damit was anfangen? Nein. Keine Ahnung. Was machen wir jetzt als nächstes? Ach so, hier. Da kommt die hier. Okay, super. Da haben wir diese eine Perle. Ja, sehr gut. Und ein Eisamulett. Natürlich, warum auch nicht? So, pass auf. Ich platziere mich hier hinten schon mal. So, hier. Okay, alles klar. Ich platziere mich hier schon mal. Und hier machen wir gleich weiter. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Untertitelung des ZDF, 2020